63 und 2, ich muss mir irgendwie Headshot gegeben haben. Bye, have a beautiful time! Nein, nein, oh! Oh, ich hab die R8 fällt mir gerade ein. Bist du verrückt? Lass uns mal GG easier reinregeln da mit denen Barstutz. Ich wollte gerade, weil du es gesagt hast, statt GL habe ich GG geschrieben. Dude, die zerreißen uns. Die werden jetzt, sie sind jetzt wütend und werden... Oh, ich hab schon Körler gekauft. Ich bin late. Beide outside, bau da einfach was mit denen los, ich geh direkt planten. Der andere rushed mich. Plant ist raus. Nice, ich warte hier, chill, chill, chill. Ist der andere noch outside? Ja, der ist outside. Der ist auf dem Dach. Ich seh ihn, ich seh ihn, ich seh ihn. Nice. Der hat so full Fokus auf mich gehabt. Oh, vielleicht sind jetzt zwei Vollidiot, die die Map nicht können. Ja, natürlich der Hammer. Onspot sieht clear aus, what the fuck. Unten, unten. Komm noch einer unten, im Wasser. Kannst direkt planten, kannst direkt planten. Kannst direkt planten. War der unten? Oh Gott, ja der ist da. What? Alter, was ist mit dem los? Das war nice, man. Jetzt überhaupt. Oh, man. Basement. Ich war schon länger nicht mal hier. Basement, der abtrünnige. Oh, ich bin full white, ich seh jetzt erst wieder was. Keller. Außen ist down. Wo ist der andere? Oben oder unten? Er ist hier oben bei mir? Oh, shit. Nice. Was ist denn mit dem Peter los? Ich wollte aber kurz im Keller, weil ich zumindest da war. Ja. Voll merkwürdig. I don't know. I don't know the way. Peter können wir wieder zwei gegen zwei machen. Tricky ging sein. ESL-Kollegen. Der Tricky mit seinem Funwender-Team. Waffel-Team. Aber Tricky sagt aber, ja gut, ich hab 12 FPS, geht nicht. Ja gut, mein Waffel-Team hat heute 20 FPS Tag? Oh, scheiße. On-Spot. Was? Na, das war schon gut. Hat aber recht, Patrick. Also wenn die wieder oben reingehen, die haben scheinbar jetzt gerafft, was sie machen müssen. Jetzt haben sie genuddelt. Er geht runter. Unten, unten, unten. Ich bin runter, ich hab nichts gesehen. Fuck, wo ist der? Nee, der ist nicht tot. Oben auf der Treppe! Nein! Nein! Wie ist der auf die scheiß Treppe gekommen? Der eine ist runtergegangen in den Keller, der andere kommt oben, den hab ich gekillt. Und jetzt steht er auf der Treppe drauf. Also welcher ist gestorben? Der Kellerspieler ist gestorben. Nee, 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 der andere. Fuck! Der eine ging in den Keller. Ich hab gedacht, dass einer geht in den Keller. Hab ich unten die Tür aufgemacht und mir die Treppe hochgeräuscht. Hä? Wo ist der jetzt? Dann ist der nur nach hinten gelaufen, direkt hoch. Der ist direkt hoch. Ja, ja, wahrscheinlich hat das... Oh, Fick. Vielleicht hat das angefaked und ist dann direkt hochgelaufen. Au, sei einer. Oh, oh, oh. Ja, ich versuch zu entkommen. Läuft. Oben auf dem Dach. Hat Headshot. Okay, lass ihn ruhig kurz in der Verwirrung sitzen. Ich bin full. Okay, tot. Nice. Da liegt eine Waffe. Ich zieh mich kurz zurück. Ich hab eingeschossen. Ich glaub von T. Von T spawnen. Nee, von oben. Haus. Fuck. Nur 28. Wollte warten, bis ich den Headshotten kann. Das war ein Fehler. Basement. Hier geht's ganz gut, aber jetzt bin ich bei dir im Stream. Und was soll ich sagen? Ich bin im Arsch. Scheiße. Ich hätte auch unten lang gehen sollen. Weißt du, der wär gefickt gewesen. Wir zwei auf ihn rauf. Nein. Oh, schade. Was hat es ihm gegeben? Scheiße. 81. Scheiße, nein. Weißt du, hätte der andere mich nicht weggelackt, dann hätte ich ihn mindestens angefragt. Und er wäre jetzt tot gewesen. Aber nein. Dieses verfickte Glück ist wieder so hart in ihrem Rücken drin. Widerlich. Immerhin ist es die T-Seite. Sieht die Seite, wo ich mir direkt hochlaufen und da chillen und uns die Eier plattocken kann. Wo bist du? Einer ist dann da im Gras gelaufen. Dort einer. Deiner ist oben, deiner ist oben. Ganz oben. Er war ganz oben, ja. Komm, wir boosten uns. Aber vielleicht ist er auch wieder runter geschwungen. Vielleicht macht er auch diese Bastard-Taktik. Na komm, wir müssen uns riskieren. Komm. Halt dich hier hin. Er hat low. 50. Nice. Oh Gott. Ja, lass direkt ins Haus rein, dass wir nicht den gleichen Fehler machen wie die Kackvögel. Oder wie vorhin. Okay, keiner da. Ich geh direkt hoch. Oh ne. Alter, ey, die Nate ist mir einfach im Arsch hängen geblieben. Ich kam nicht weg. Mein Bastard. 63 und 2. Ich musste mir irgendwie Headshot gegeben haben. Nein, nein. Oh. Das hat so kurz ausgesehen, als wäre es ein Scheiterfurter gewesen. Vor allem, weil ich so low war. Also hätte es halt nur einer furzen müssen und ich wäre tot gewesen. Und keiner oben, keiner. Wasser, einer. Ich hab einer, ist ein Wasser. Wasser. Ja, ich hab gesehen. Oh shit. Keller hoch. Der andere ist Wasser. Sehr gut mit Scout, ne. Mit Scout im Wasser. Ich hol einfach die Bombe. Jo. Das war von oben, nicht? Ja. Hinter mir. Erneicht mich. Oh mein Gott. Der Smog verschwindet. Jetzt kannst du ihn von oben klatschen. Nice. Ich geh wieder outside. Ja, gut. Speak. Heute war ich ultra am vierten Tag. War es ein bisschen besser, aber immer noch mega krank. Oh Gott. Einer, u low. Nein, outside. Es gibt's nicht. Er kommt genau dann, wenn ich am Marktladen bin. Ich hab voll in meine Wunde reingegriffen, Alter. Voll lauter Wut grad hin. Bray. Don't grip in your wound, dude. Ich hab da so ein Stück Fleisch abgeflogen auf der Arbeit. Ja, ja, ah. Turkey Mind Potato Aim. Ich schau die ganze Zeit drauf, aber leider nur Buddy Hits. Ah, fuck. Scheiße. Nein. Ich hör zu langsam. Ich werd schon aufs Seifersicht. Mauer wahrscheinlich. Oder geht der Keller runter. Flohn. Er stellt sich einfach mal in den Fensterraum. Das ist ein Vogel. Ich warte mal hier. Ich muss nach Belgien. Tschüss. Ich muss Gillespie dancing. Und wieder kleiner Ohr. Der Schrot fliegt da. Pfff. Du. Okay. Fuck man. Ich war froh, dass ich Tricky nicht gesehen hab. Dann hab ich gesehen. Ja, was ist. Fucking noob. Der ist hinter mir. Unspot, Unspot. Und mir fällt der Molly aus der Hand auf den Scheiß. Oh mein Gott. Nice. Oh Gott, der ist untergejumpt. Wenn wir jetzt ne Ego machen, steht 7-7. Machst du so? Ich hab gediegelt. Also immerhin diegel. Okay. Dann komm ich kauf. Scheiß drauf. Wir kriegen das hin. Wir müssen das hinbekommen. Das ist der verfickte Ubrang. Oben ist keiner. Unten ist keiner. Ja. Nein, nein. 72. Das gibt's nicht. Man kann die echt nicht überraschen. Wo ist der? Der unten, neben am Haus. Irgendwo. Der Hand hat 70. Gessen. Nice. Die Kerle. Ja. Ich bin so ultra geladen gerade. Ich schieb. Ich schieb. Okay, ich schreib mal dem Exor King. Eine Sek. Ach, er will jetzt echt seinen Kollegen anschreiben. Tricky. Wie oft sollen wir euch noch besiegen? Hahahaha. Und, äh, bei den... Oh! Oh! Bei denen am Spawn. Ich... Ja. Was? 56 in 3. Hatte dich gerade ge... Ich hab kein Geld. Oh mein Gott. Die Gerunde sowas von. Wie gesagt schon mal. Easy peasy win. Weißt du denn. Er macht diesen billigsten Trick. Er bleibt einfach hinten am Spawn stehen. Und holt mich halt auf 8 Kilometer Entfernung. Ich will zurücklaufen. Und... Ne. Hat er schon raffiniert gemacht. Mit dem Atmos beim Laser. Ehm. Pfff. 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 85 in 6. Egal. Easy. Ah Gott ey. So, okay. Das war jetzt ziemlich anstrengend. Jetzt mal vielleicht ein bisschen leichtere Gegner. Tricky, wie sieht's aus? Pfff. 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 Vielen Dank.